Geest-Hart-Summt ist ein Teil von Deutschland-Summt. Warum finden Sie als Bürgermeister das so interessant? Was hat Sie gereizt mitzumachen bei der Initiative? Die biologische Vielfalt ist für uns alle Menschen wichtig und ist auch eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn Geest-Summt sich einreihen kann in Deutschland-Summt und wir deutschlandweit auf die Problematik aufmerksam machen können, dass es immer weniger Naturräume gibt und dass gerade auch für die Bienen immer weniger Räume geschaffen werden, dass dort die Bienen sich ausbreiten können und zur Beschleubung beitragen können. Und wir wollen unseren kleinen, bescheidenen Teil dazu beitragen, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit noch weiter vorangebracht wird, in die Köpfe reinkommt, aber dann auch ins Handeln kommt. Und das möchten wir gerne in Gesach machen, dass wir mehr handeln und hier auch dieses Thema immer im Fokus haben.